Das war der Startschuss. Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend von der Galopp-Rennbahn in München-Riem. Ich glaube, das lange Warten und vor allem das lange Aufbleiben wird sich lohnen, denn hier ist die Welt-Elite am Start. Und das ist das größte Ereignis, was überhaupt jemals hier stattgefunden hat. Aber um die Pferde geht es heute nicht. Es geht um Rod Pop in Concert. Zwei Tage dauerte dieses Open-Air und über 100.000 Leute sind gekommen und haben es sich bequem gemacht. Aber nicht alle konnten gut sehen und wer was verpasst hat, der kann das jetzt nachholen, denn unsere Kameras hatten den besten Blick. 14 Stars waren dabei. John Beauvoir How We Live Hunter Bob Geldof Robert Craiband Paul Brady Joe Cocker Ubi Forti Franz Benton John Farnham China Crisis Die Eurythmics Die Eurythmics Und Tina Turner Sie alle in Rock Pop in Concert Aber los geht's bei uns mit Chris DeBerg. Vor etwa 10 Jahren fing seine Karriere an und er hat sich so langsam im Chor bearbeitet. Von kleinen Hallen zu größeren und jetzt ist er einer der Hauptstars auf diesem Open-Air. Aber der große Superstar, der ist er eigentlich nur in Deutschland. Hier ist Chris DeBerg. Guten Abend, wie geht's? Guten Abend, wie geht's? Es ist sehr schön wieder in München zu sein. München ist meine Schweizer Heimat. Aber es ist toll zu sein, dass es gut ist. Es ist gut. 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 Es ging. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020